wie wie froh mit so momentan mal immer hier drauf geht gar nicht auf möglichkeit wie schon mit auf die träger klettern vielleicht sollte ich eine falle bauen damit könnte ich mir nicht meine grippe einfangen möchte baby boso sein bescheuertes babyfohn zurück ich möchte baby boso sein bescheuertes babyfohn zurück dahinter das heißt ich müsste eigentlich eine falle bauen wo er hinterlatscht man muss praktisch irgendwas aufbauen liegestuhl mit kurs hat bereits einen platz ein platz in der geschichte denn es war teil meines plans die welt zu retten okay vielleicht sollte ich aber hiermit könnte ich meine schuld vielleicht sollte ich hiermit könnte ich meine ich okay also irgendwie bräuchte meine falle eine falle die das baby einfängt wenn es hinterlatscht wahrscheinlich das seil am haken befestigen aber wie bekomme ich das seil lotti hat ihre hormone nicht genommen vielleicht hatte der wahrsager doch recht ich glaube das geht irgendwie anders irgendwie war das noch nicht so heldenhaft das zeigt doch nur wie weh man muss im sonst wirkt es okay gehen wir noch mal zurück gehen wir mal zur lotti lotti nimm deine verdammten pillen lotti hat ihre hormone nicht genommen vielleicht hatte der wahrsager doch recht naja das heißt es ihr verabreichen mensch mit flyer nein dieses problem erfordert meine ungeteilte männlichkeit außerdem könnte ich mir beim öffnen der hormonendose den fingernagel einreißen äh mit kuhfuß dieses problem außerdem nein dieses außerdem die außerdem die andere muttermilch mit hormonen vielleicht lecker vielleicht auch getraten so sind wir übergeben so hormone mit braten so sehr lieber nicht nur ungern denke ich an das debakel mit meinen hormonbrötchen zurück so ist einfach unausstehlich wenn er seine tage mit guttermilch lieber nicht nur ungern so sei vielleicht doch lieber zu bose damit kannst du bose nicht in den top werfen ja das dachte ich mir auch gerade das wäre vielleicht eine möglichkeit ich gehe mal zu dem zu dem bose hier zu dem bose hier und test mal ob ich ihm hormone geben kann ach so er hat er noch dieses warschwein ja ja und der bombeer äh hormone mit bose leber nicht nur ungern denke ich bose ist einfach mhm mit muttermilch leber nicht nur ungern so ist einfach leber nicht nur ungern so ist einfach okay muttermilch mit bose okay ich wusste dass das kommt nein irgendwo muss es ja eine grenze geben und die ist genau hier ja ja auf jeden fall bratensoße mit bose ihm fehlt nichts zu essen ihm fehlt zuwendung in form von gut dosiertem psychopharmaka ha psychopharmaka ähm schild mit bose momentan ist er nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig er hockt nur da er könnte noch spieleautor werden was ist mit dem abdruck hier hey bose also ja nicht zu deiner therapie willst dachte ich mir ich kann dich ja therapieren mhm 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 rufus ach komm schon das wird lustig und so ein paar pappen hochhalten das kriege ich auch noch hin also aha was erkennst du auf diesem bild hier lass mich doch bitte bitte ah öh das ist ja furchtbar warum zeigst du mir das das ist doch eindeutig ein niedliches vögelein mann du bist ja wirklich total gestört hm also kein vögelein gut zu wissen äh babyfone hormone babyfone keine sorge ich passe auf deinen kleinen bruder auf solange du ausgenockt bist hm mhm 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 rielle mhm 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 ich stand mhm ja waw Flyer, Liegestuhl. Achso, heute mal. Kufus. Okay. Schild mit Briefdrängen. Oh man. Gib ihm Hormone. Okay. Hier geht auch nix, aber wir gehen jetzt mal zurück. Zu Babyposo. Das ist die Reaktion. So. Wir testen das mal mit dieser Erbrauch. Aber es hat bestimmt irgendwas mit diesem Haken zu tun. Weil der Haken, wir sind umsonst da. Vielleicht kann man ihn ja aufhängen. Schauen wir mal. Die Idee kann ich getrost. Nee. Abhaken. Bei den Bosos zu Hause wäre das von... Babyposo? Hey, guck mal do. Lecker, happi, happi. Lecker, lecker. Und jetzt komm zu Papa, äh, Papi. Hey. Okay, auch hier geht er weg. Hm. Bei Babyposo geht er weg und bei der Platensauce geht er weg. Hm. Was soll ein Babyposo sein? Das hat ja nicht mal eine Kurzfallfunktion. Okay, ähm. Wir müssen eins von beiden hier am Haken aufhängen. Und dazu brauchen wir immer noch das Seil. Anders geht's nicht. Leider nicht. Das Schild kann man nicht aufhängen als... als... äh... als Hindernis oder so. Das ist zu früh um sich Gedanken. Nee. Das ist zu früh. Hm. Hm. Nee. Dann weiß ich echt nicht, wie's geht. Zurück. Hm. Irgendwie war das Zeug, man muss. Sonst wirkte... Wir müssen irgendwie diese blöde Auslegeworte mitnehmen. Irgendwie. Irgendwie muss er vielleicht abgelenkt sein oder so. Keine Ahnung. Hm. Das wär auf jeden Fall was fürs nächste Mal. Hattest du nicht den Lolli von der Oma bekommen? Ja, der Lolli ist aber weg. Der Lolli... Wo haben wir denn den benutzt? Ähm... Den Lolli haben wir für irgendwas benutzt. Hm. Weil wenn, dann wär er ja da. Und der andere Rufus, der nix teilen kann mit uns, der hat auch kein Lolli. Der hat cooles Werkzeug, aber der hat leider kein Lolli. Könnt man eigentlich auch noch weiterspielen mit dem. Hm. Hm. Mit dem Schraubenzieher... Moment. Gehen wir mal in den Krieggang. Und versuchen mal nochmal was abzufangen. Ah, falsch. Oder? Ne, stimmt schon. Achso, da kommen wir nicht mehr rein. Scheiße. Wir brauchen noch einen zweiten Rufus. Wir können nur hier was beantragen. Und den Türsensor können wir auslösen. Oh mein Gott, die Verkäuferin hat einen Schmetterling wie einen Frosch gefressen. Ja, das ist voll eklig. Das macht sie immer, wenn man eine Zeit lang nix macht. Das ist voll eklig. Ähm. Zum Zellenblock. Wir können höchstens noch zum Zellenblock gehen. Moment einmal, schlafender Organon. Wir können ihm seine Augen rausschneiden und dann da unten reingehen. Hm. Ne. Äh, die Zahnbürste haben wir ja auch noch. Moment mal. Das ist ja meine alte Zahn. Wie hieß die denn hier? Da ist doch nicht... Da ist dann ja eigentlich etwa ein Spin-Off in Planung. Können wir hier noch irgendwas machen? Ne. Hier geht gar nix. Können wir uns dem irgendwas sagen? Ich habe ihm nichts mehr zu... Außer ein... Okay. Ne. Dann nur hier. Zahnbürste. Wenn ich ihm schon im Schlaf auf die Zahnbürste pupe, sollte es wenigstens seine Zahnbürste... ...design. Warum sollte man das machen? Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartusche. Ich glaube, mit dem Rufus kannst du auch noch was machen. Und noch mehr, wenn er erstmal sein Glück hat. Hm. Test mal was. Es heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mahlabdecken. Es heißt, man soll sich nach einem kleinen Tipp... Ähm... Ja, okay. Kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Ähm... Irgendwie geht es bestimmt weiter. Aber... Oh, das mache ich wohl das nächste Mal. So. Oh, ich wünsche immer mehr nach unten, merke ich. Je länger die Zeit vergeht, je länger ich streame, desto mehr geht es... Ups, so nach unten. Hehehe.